Der erste Tag Keiner zeigt Maya an ihrem ersten Ausbildungstag in der Großküche, wo sich das Personal-WC befindet. Nach der harschen Zurechtweisung einer Kollegin traut sie sich nicht, die ihr zugewiesene Arbeit zu unterbrechen und gerät in verzweifelte Pinkelnot. Plötzlich schießt ein warmer Schwall in ihren Slip. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de